Hallo Aseekräuter, willkommen zurück hier bei uns in der nächsten Folge vom Ausblick und wir wollen euch heute den französischen Leichenkreuzer Colbert vorstellen. T10, französischer Kreuzer, ist die ganze Geschichte hier. Optisch wieder mal ein echtes Leckerbissen-Schiffchen und wir haben hier eine ganz unkonventionelle Turmanordnung. Wir haben hier nämlich vorne zwei, an der Seite wieder zwei, da wieder an der Seite zwei und hinten wieder zwei. Also richtig interessant. Wollen wir einmal ganz kurz hier rüber und uns das mal in der Nähe anschauen. Ist richtig kompakt das Schiff, da fällt mir sofort auf. Hochgebogener, hochgezogener Bug und ein kurzer, kompaktes Heck. Also nicht sehr lang und ja, ihr habt ja schon die Smolensk bei uns auf dem Kanal gesehen wahrscheinlich. Wenn nicht, kurz euch da mal an. Die Charakteristik des Schiffes ist ähnlich, aber halt eben französisch angehaucht. Bloßseitig finde, dass der Kreuzer kürzer ist als der bei der Smolensk. Sieht echt lustig aus. Gucken wir uns mal kurz die Daten an. Panzerungsanordnung hier 80 Millimeter. Auch da wieder eine Glaskanone. Heißt auch die 152 Millimeter leichten Kreuze, die AP verschießen können, können da durchkommen. Wenn ja, wenn ihr nicht vernünftig angewinkelt seid. Sonst haben wir hier vorne eben 16 Millimeter. Hinten 16 Millimeter. Hier die aufbauten 13. Gucken wir hier vorne noch mal in die Seite rein. Ist hier 38 38. Ja 38 38. Ist halt nichts Tolles. Ist halt ein wirklicher echter, leichter Kreuzer. Panzerung aus. Überlebensfähigkeit. Keine Torpedoschadensverringerung. Wir haben hier nur Trefferpunkte. 36.100 auf die 10. Ist ganz klar, es müssen relativ wenig Trefferpunkte sein, weil die Feuerkraft des Kreuzers hier ist doch recht beeindruckend. Also richtige französische Schnellfeuer Geschichte hier. Denn wir haben Artillerie. Hauptgeschütze 127 Millimeter. Ihr seht es hier. Ladezeit 3 Sekunden. 6 Sekunden ist sie für die 180 Grad Kehre. Ich habe mir sagen lassen, dieser Geschützturm, also wenn ihr jetzt zum Beispiel nach Backbord schießt, dann kann auch der Steuerbordgeschützturm hier über diesen Turm rüber schießen, wenn ihr auf eine richtige, vernünftige Entfernung schießen könnt. Und das heißt, ihr habt hier gesagt 8 und hier auch 8, also 16 Mumpeln in der Luft. Und das alle 3 Sekunden. Und das könnt ihr ja noch skillen, wenn ihr das wollt, über den Kapitän mit der Schießgrundausbildung oder eben über die Hauptbewaffnungsmodifikation 3 in Slot 6. Wir haben ja hier einen T10-Kreuzer. Das heißt, wir haben auf jeden Fall den 6. Slot mit zur Verfügung. Und das alles geht dann über 15,5 Kilometer. Auch da gilt natürlich, ihr könnt das dann mit der Feuerleitanlagen-Modifikation oder eben der erweiterten Schießausbildung dann sogar erweitern auf 18 Kilometer. Raunde baut, je nachdem, was ihr macht. Oder ihr kombiniert sogar beides. Dann kann man noch weiter schießen. Aber jetzt sei euch gesagt, der Bissbogen ist wohl relativ heftig. 808 Meter die Sekunde. Da sind die Mumpeln ja Ewigkeiten unterwegs. Minotaur ähnlich oder noch schlimmer. Also, ja, Nachteil der ganzen Geschichte hier. Wir haben nur 20 Millimeter Panzerungsdurchschlag mit den Sprenggranaten. Heißt, ihr könnt nur Schaden auf Schlagstoffaufbauten machen. Der Rest ist meist zu gut gepanzert. Bei leichten Kreuzern, also bei Kreuzern an sich, bleibt wahrscheinlich auch nicht viel hängen, außer bei den Aufbauten. Und bei den Zerstörern kommt er ganz normal durch. Die haben ja in der Regel auch auf T10 nur 19 Millimeter Panzerung. Bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Wenn ihr EFAE skillt, kommt ihr dann um die 27 Meter, wenn ich das jetzt richtig im Kopf überschlage. Das wird dann schon wieder interessanter. Gerade auf Kreuzern könnt ihr dann besser Schaden machen. Auf Schlachtschiffen wird euch das auch nicht viel nützen, weil die Schlachtschiffe in der Regel auf T10 ja erst bei 32 Millimeter anfangen. Das heißt, auch da muss man sich wieder überlegen, macht EFAE überhaupt Sinn? Denn durch die langsamen Granaten und die schnellen Kreuze, die ihr als Gegner habt, also sowas wie Desmo oder Sao oder solche Schichten, ja, da macht es eigentlich gar keinen Sinn, darauf zu schießen. Weil ihr müsst ja auch einen gewissen Abstand halten, denn ihr habt hier keinen Nebel oder sowas ähnliches. Von daher, ja, EFAE oder nicht EFAE, ich würde hier wahrscheinlich ebenfalls eher auf Brand gehen und, ja, möglichst weit diesen Wert nach oben skillen, um einfach regelmäßig Brände zu legen. Dann geht es weiter mit der Flugabwehr. Der Wert ist hier relativ gut. Auch wenn ihr hier nur Mittel- und Langstreckenflugabwehr habt, ist der Wert trotzdem hier mit 795 und 223 doch ganz, ganz anständig. Betrefferschance 90%, 6 Kilometer Reichweite. Ihr habt hier als Verbrauchsmaterial im Austausch mit der Hydroakustik defensiviert Flakfeuer. Das könnt ihr noch dazu schalten. Ist also eine richtig geniale Geschichte. Weiter geht es mit der Manövrierbarkeit 33 Knoten schnell. Ihr habt hier französischen Motorboost, den ihr jetzt benutzen könnt. Das heißt, ihr kommt über 40 Knoten hoch in Verbindung mit Sierra Mic Signal. Der Wendekreis ist enger als der bei der Small Lens. Die Ruderstellzeit ist aber langsamer als bei der Small Lens. Das muss man dann schauen, ob man das noch weiter runter skillt und da vielleicht sogar auf Tarnung für verzichtet, um dann doppelt Steuergetriebe zu skillen. Also in Slot 3 und in Slot 4 vielleicht. Verwechselt ihr jetzt gerade? Nee, in Slot 4 und Slot 5. So rum mein ich das natürlich. Dass man das vielleicht noch weiter runter skillt, dann sind auch Werte um die 5 Sekunden hier drin. Bei der Verborgenheit 12,4 und 6 Kilometer zur Luft. Also 12,4 heißt, dass wir unter 10 Kilometer kommen können, wenn wir alles auf Tarnung bauen. Also auch eine krasse Geschichte. Und in Verbindung mit dieser Geschwindigkeit kann man doch sich so ein- und ausschalten. Schießen im richtigen Moment oder kurz im offenen Moment schießen, einfach weiterfahren, Motorboost reinhauen, um dem Gegner schwerer zu machen, zu treffen, weil man ja auch schneller bremst mit Motorboost interessanterweise. Also solche Geschichten. Ich bin sehr, sehr gespannt. Smolensk und Colbert haben das Zeug für sehr, sehr interessante Kreuzer. Sind allerdings extremst verwundbar. Gerade wenn man dann Projektile hat, die aus besseren Winkeln einschlagen. Ich sag mal, Stalingrad zum Beispiel wäre ein super Counterplayer für diese Colbert, weil die halt sehr schnelle Munition hat, sehr gute Penetrationswerte hat und gute Einschlagwinkel. Da hat die Colbert dann auch ein bisschen zu knabbern dran. Ja, und das ist es schon. Gucken wir uns ganz kurz hier das Verbrauchsmaterial an. Wie gesagt, Schadens Begrenzungsteam in Platz 1. In Platz 2 im Austausch defensiv mit Flakfeuer und Hydroakustik. In Platz 3 Motorboost, die französische Version. Und dann haben wir eben Platz 4. Da haben wir eben eine Reparaturmannschaft drin. Das heißt, Schaden, den ihr nehmt, könnt ihr wieder herstellen. Zumindest zum Teil. Ja, schreibt mir jetzt gerne in die Kommentare. Ich fordere euch auf, sozusagen, eure Meinungen hier mal kundzutun. Was haltet ihr von der Colbert? Auch so ein OP-Schiff oder eher nicht so? Oder sollte er noch gebufft oder genervt werden? Wie ist eure Meinung dazu? Würde mich einfach mal interessieren. Optisch sieht das Ding ja echt himmlisch aus. Da bin ich jetzt schon ein Fan von. So, und dann bitte ich euch, wenn euch das Video gefällt, Daumen nach oben da lassen, abonnieren. Sehr, sehr gerne. Würde mich richtig doll freuen, wenn ich euch in Zukunft regelmäßig mit Infos versorgen darf. Dazu hinaus, ihr seht es oben in der gelben Leiste, sind wir auch bei Discord. Wir haben einen Discord-Server. Könnt ihr gerne mit dazukommen und ein bisschen über die Sachen austauschen, quatschen. Wenn ihr Hilfe braucht, helfen wir euch immer da gerne. Dann sind wir bei Twitter. Dann sind wir natürlich mit einer Facebook-Seite vertreten. Und wir sind auch bei Instagram. Also ihr könnt uns überall followen, wo ihr möchtet. Und wenn ihr noch nicht bei Facebook seid, aber trotzdem Informationen ab und zu abgreifen wollt, dann geht ihr hier bei YouTube auf den Community-Reiter. Da gibt es ganz, ganz wichtige Informationen, wo wir kein separates Video für machen. Dann auch als Community-Tweet sozusagen oder als Community-Post hier auf YouTube. In dem Sinne, ich danke für eure Zeit und wir sehen uns im nächsten Video hier auf dem Kanal. Haut rein, euer Seacrots-Team, euer Andi. Ciao, ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017